Willkommen bei SmartListe. In diesem Video besprechen wir den Die Besten Geschwisterwagen und Zwillingskinderwagen Test. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung und ich versuchte sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen Die Besten Geschwisterwagen und Zwillingskinderwagen Test können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die Chic4 Baby 274 55 Geschwisterwagen. Der Tandem Kinderwagen von Bus 4 Kielt ist ein Bruder oder eine Schwester für Säuglinge und Kleinkinder. Die Pole Position ist ein Boogie. Der Rücksitz wird als Boogie oder Tragebett verwendet. So können Sie zwei Kinder so viel wie etwa drei Jahre oder ihre zwei Jugendlichen unterschiedlichen Alters nehmen. Beide Sitze verfügen über ein Fünfpunkt-Kabelbaumsystem. Der Vordersitz verfügt zusätzlich über eine Sicherheitsleiste, die Ihrem Jugendlichen helfen soll, viel sicherer zu sitzen. Die Fußstützen sowie Rückenlehnen können separat eingestellt werden. So können Sie jeweils die bevorzugte Einstellung Ihrer Kinder einrichten. Der Rücksitz kann an die vorhandene Position angepasst werden. Der Vordersitz wird mit zwei Stufen auf eine Freizeitplatzierung umgestellt. Um Zug auf Nummer 4, haben wir die Kinderwagen für Zwillinge. Der Trippi Kart Trippi von Babiaktiva ist für drei Kinder geeignet. Sie können entweder Ihre Drillinge oder drei Kinder unterschiedlichen Alters fahren. Er ist von Geburt an geeignet. Dieses Desichen ist mit drei Kinderschalen und drei Kinderbädern in einem Set erhältlich. Die Kinderschalen können zusätzlich als Kindersitz mit einem zusätzlichen Isofix Terminal genutzt werden. Sie können den Bruder- oder Schwester-Kinderwagen bauen, im Mittel, der Sie es brauchen. Entweder mit drei Kinderbädern oder zwei Kinderschalen sowie einem Sportsitz oder zwei Sportplätzen und auch einem Babi-Bad. Wenn Sie nur mit ein paar Kindern unterwegs sind, können Sie es ganz einfach in einen einsamen Kinderwagen oder einen Doppel-Kinderwagen verwandeln. Auf Platz 3, haben wir die Kielhals Sechslingswagen. Der Kinderwagen mit sechs Geschwistern von Kielhals ist ideal, wenn Sie eine Reihe von Jugendlichen haben oder eine Kinderpflegerin sind. Hier sind sechs Jugendliche von sechs Monaten bis zu 15 Kilo Körpergewicht ausreichend Platz. Der Buggy-Geschwisterwagen ist so vorbereitet, dass zwei Jugendliche neben sitzen können. So können Sie sich sehen und einander fesseln. Es hat auch einen Vorteil für Sie. Der Kinderwagen ist nicht auch breit und Sie können auf typischen Wegen gehen. Die Version passt zusätzlich durch viele Türen. Alle Sitze sind gepolstert und mit einem 5-Punkt-Gürtelsystem ausgestattet. Ihre Kleinen sind sicher und auch komfortabel. Beide Kinder, die vorne sitzen, sind zusätzlich durch den Steigbügel gesichert. Um Zug auf Nummer 2, haben wir die Clamaro Geminer 3 in 1 Kombi. Der Kinderwagen für die Zwillinge 3 in 1 von Clamaro nutzt ihre beiden Kinder als gemütlichen Bereich für Spaziergänge und Expeditionen. Dies ist eine Reihe von zwei Babybadewannen, Autos und auch Babyanbieter. Die Kindersitze entsprechen der Europäischen Sicherheitskonvention EC4404 und sind mit Easyfix Halterungen ausgestattet. Umgekehrt können Sie dieses Doppelwagenset ohne Kindersitz kaufen. Damit Ihre Babys jederzeit risikofrei sind, sind Sportwagen und Babytragemitweise mit 5-Punkt-Gürtelsystemen ausgestattet. Mit der Buggy-Funktion gibt eine zusätzliche Klammer viel mehr Sicherheit. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Hauk Duett 2 Doppelkinderwagen. Der doppelgroße Kinderwagen von Hauk ist sowohl ein Einzelgänger als auch ein Geschwisterchen. Wenn Sie in Ihrer Familie erkennen, dass Sie mehrere Jugendliche haben möchten, können Sie diese Version von Anfang an nutzen. Wenn Ihr zweiter Jungster vorhanden ist, können Sie den zusätzlichen Sitz in ein paar einfachen Aktionen mit dem Framewalk verbinden. Der Sitz kann leicht eliminiert werden, wenn Sie gerade eine Reise mit einem Kind machen. Sie können auch einen bequemen Ruheplatz für Ihre Kinder einstellen. Es eignet sich für Säuglinge ab etwa 6 Monaten. Der obere Sitz ist ein Kinderbad und gleichzeitig ein Sportplatz für sportliche Aktivitäten. Sie können es als Ergebnis von Geburt an nutzen. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video, bitte mag, dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. ... ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017